Parkett verlegen, Nägel einschlagen, ein Regal aufbauen. Solchen Herausforderungen mussten sich patente Kandidaten auf der Badenmesse 2010 stellen. Sie kämpften um den Titel Badische Heimwerker 2010, initiiert von der Badenmesse und Obi Freiburg. Verschiedene Teams traten gegeneinander an und bewiesen bei handwerklichen Aufgaben unter Zeitdruck ihr Können. Im Finale musste ein Rohr schnellstmöglich nachgebaut werden. Die besten Teilnehmer erhielten Sachpreise wie Schraubensets oder Stichsägen. Der neue Badische Heimwerker 2010 durfte sich über einen besonders hochwertigen Preis freuen. Einen Obi-Einkaufsgutschein im Wert von 250 Euro. In welches neue Projekt er den Gutschein investieren wird, bleibt sein Geheimnis.